Ich hab schon gedacht, so was kommt jetzt? Boah! Ha! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Jetzt kommt die Arschlochstelle, Achtung! Hier! Hier bin ich drüber gesprungen, ja? Oder unten durch. Hab mich klein gemacht und dann ging ich nicht mehr groß. Bin ich nicht mehr gewachsen. Genau hier war ich. Dann ging gar nichts mehr. Aber siehst du? Guck mal, hast du das gesehen? Geht alles. Hast du gesehen, was da ist? Was ist da? Da war eine Kette. Hast du die gesehen? Da war eine Kette. Da ist eine Kette. Da war eine Kette. Wie? Kette ziehen. Jetzt kommt das Ding raus, Achtung. Oh, cool. So geht's auch. Wie? Leute, das Lustige an dem Spiel ist. Für sich hier verlieren Zähne. Ja, ich meine... Ein paar Zähne und so... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so legal ist. Also, falls euch der Lehrer in Biologie fragt, äh, was ist denn 40 drin? Es ist niemals an Steine, es sind Zähne. 40 sind keine Steine, es sind Zähne. Haben wir wieder was gelernt, wa? Tingelstangel, ich bin echt froh, dass du hier bist heute, ne? Äh, träum ich, oder? Ne, das geht alles kaputt hier. Da brennt's. Oh, hast du gesehen? Na, nimm, 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 nimm. Ja, und jetzt muss ich klein machen. Du musst gar schon durch das Haus durchrechnen, oder? Nö, geht nicht. Geht nicht. Ich muss auf das Haus. Stütz ab, stütz ab, stütz ab. Na, na, na super. Andere Möglichkeiten hast du nicht. Ja, ich hab's gemerkt. So, dann gehen wir mal jetzt auf das Haus dieses Mal. Dann gehen wir auf dieses Haus. In Bewegung. Hör schnell auf zu schießen. Penner. So, dann gehen wir hier hin. Der schießt ziemlich in die Mitte. Huiiii. Flop. Äh, okay. Ja, hier drauf. Oh mein Gott. Ist, ähm, beweglich? Boah! Den hab ich gar nicht gesehen. Nicht? Ne. Oh mein Gott. Tana Mai, du bist ein blind, ehrlich, ein blinder Hund. Blinder Hund. Ich bitte dich. Junge. Achtung, das schießt gleich. Soll er doch? Hihihihi. Ha, ha, voll genatzt. Ah, nein! Nein! Hehehehehehe. Leb ich? No, shit. Und so siegt die Gerechtigkeit mal wieder. Ja, was? Ich bin Gerechtigkeit. Hör schnell. Also, schieß doch. Komm, schieß doch. Komm. Trau dich. Ha, ha. Ach man. Ach nö. Halte, komm. Da war ein Haus. Alter. Also, am Anfang fand ich das hier noch ziemlich lustig hier. Diesen Mario Stil. Aber im Moment verfluch ich's echt. Das war jetzt so klar, gell. Trotz aus der Kleinwart, trotzdem noch einen schönen Headshot hier. Wahnsinn. Ich sehe schon, die Kommentare kommen mit. Du stirbst aber oft. Ja und? Ihr solltet mich mal erleben, wenn ich Ragey werde. Deine Mal, du stirbst ziemlich oft. Äh, Tingle Tangle. Mach mal Maul. Halt mal die Frisch. Kommt der nicht hoch? Sprint, Jump. Gipfel, ich kann nicht sprinten. Dann improvisiere. So, ja ich improvisiere so. Siehst du? So. Pfirsich, der einen Zahn verliert. Seine Zähne pfirsich, man. Achtung, Achtung, Achtung und? Ich hab's geschafft. Wey, keiner hat's geglaubt. Einmal Applaus für mich. Applaudier dir, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Applaus, Applaus. Ja. Ein Herz geht auf. Vielleicht für deine Alkoholfahne. Das braucht die ganze Menschheit in Deutschland auch nicht wissen. Nö. Falls man komische Schmatzgeräusche hört oder so. Also, das ist natürlich eine große Ehre, dass er heute hier ist. Und ich glaube, ich schneide das auch nicht raus. Also, wir trinken genüsslichem Bier gerade nebenher so. Aber wir müssen ja auch schon, äh, äh, über 20. Also, das sind schon alte Herrschaften. Ja, was hab ich, ich hab letztes, glaub, bei Alice, was hab ich gesagt? Ich bin 65? Ist ja irgendwie was. Also, ihr könnt mal ratz-, rätseln, was ich jetzt bin. Irgendwas zwischen 65 und, äh, 20. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt so ein Riesenfieh. Kennst du den hier? Boah! Ich kann mir auch so wegteleportieren. Auch. Ich muss dir jetzt alles mal zeigen. Das sind voll die fiesen, miesen Fettsäcke so. Eigentlich ist das. Ja, und ich muss alle drei Kippen machen. Das kommt ich nämlich auch noch nicht. Ich schießt mit C, ne? Ne, ne, äh, Pfeffer. Pfeffermühle. Ah! Jetzt hab ich nichts. Ah! Ja, was? Kann ich dir noch Ragey Alice zeigen? Da war meine Pfeffermühle, die ist. Ah, komm, komm. Und jetzt kommt ein Mörser. Oh mein Gott. Das sind T-Kessel. Bam, Alter. Wie überhitzt. Ah! Scheiße, ich hab' dann aufgepasst. Ich muss da ein bisschen so schräg gucken, weil ich mit dem Fonds zwischen uns beiden. Fong. Jetzt hat es kaputt gemacht. Ist das Mikrofon abgestürzt. Ich wollte ihn nur auf unten machen. Ah, ich zeig dir jetzt mal. Ah, kann ich absolut nicht machen. So. Schöne Hülse an hier. Kurz gucken. Ah! Das regt mich auf. Ja, ja, irgendwas ist da locker. Das war schon bei... Beim DD so, als ich The Walking Dead aufgenommen hab. Ja. Unglaublich. Ich zeig dir mal mein Steckenpferd. Steckenpferd! Wuhu! Oh mein Gott, Alter. Schachmann. Wey, hast du gesehen? Jetzt wird das Spiel schon wieder fast abgeschmiert. Lustigerweise ist es mir bisher noch nie abgeschmiert. Aber es laggt immer. Ich weiß nicht, warum. Ich habe jetzt voll den hochwertig geilen PC. Und Absturz. Ich muss mich mal ein bisschen gerader hinhocken, so. Ich glaube, jetzt bin ich in der Folge schon öfter gestorben, wie in allen Folgen von Alice. Was schaffen wir noch? Siehst du? Ach, jetzt muss ich ein Rätsel machen. Pass auf. Und wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Ah, ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. Jetzt muss ich die Blöcke suchen. Dass ich hier eben dieses Rätsel vervollständigen kann. So. Dann gehen wir erstmal in die Höhle hier. Sammeln wir ein paar Zähne. Aha, da ist ein Block unten. Aber auch ein Gegner. Einer? Nöööö. Mit meiner Vopalklinge besorge ich den Rektal. Juhu. Oh, da eine Rose. Ja, da, 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 da. Ich schnitzel mich so durch, Trala. Oh, scheiße. Das ist so ein Ding, wo die dauernd respawnen. Ah, da, 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 da. Ah, nee, da brauche ich einen Tee. Okay. Oder auch nicht. Oh, Mensch, wie gingen die Dinger nochmal auf? Kennst du schon meinen Hase? Krass. Oh, der lenkt den Gegner zu sich. Ja, weißt du, was der noch kann? Explodieren. Explodieren. So. Gehen wir mal an meinen Tee. Ich weiß noch gar nicht, ein paar Headshots oder so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die sonst aufgehen sollte. Ach so, guck mal, da ist ein Hinweis. Mit der Teekanne, toll. Was ist Teekanne? Das ist mein Mörser hier. Aber es geht nicht auf. Au. Verdammte Scheiße. So eine Scheißlarve hier, ne? Die sind so lästig. Mal zielen. Ja, ja, warte, pass auf. Okay. Das hatte ich auch noch nie. Also entweder habe ich es gerade voll nicht drauf, ja. Oder das Spiel leckt. Aber hier steht doch mit der Teekanne. Ich ziehe, ich haue ja mit der Teekanne drauf. Hier, mach mal den hier. Ich darf doch nicht wahr sein. Hm. Lass mich mal überlegen hier. Irgendwie läuft das nicht so, wie ich das will. Ach, jetzt? Ach, die respawnen doch nicht dauernd. Ah, ist ja geil. Ist ja geil, weil das hatte ich einmal. Das war ziemlich nervtötend. Weil jetzt, jetzt ist das Ding irgendwie gefroren, oder weiß ich nicht was. Das kann ich nicht kaputt machen. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü So. Ah! Tinkletangler hat immer wieder recht, ne? Turbulenzen. Ja, ja, ja. Chill mal, chill mal. Alle ja, hüpf. So. Da ist der Teil. Ui, hui. Ja, ja, ich... Wie soll ich mich konzentri... Hey! Das Ding bewegt sich auch? Glaub ich's denn. Was du nicht sagst, deine Maid. I don't gonna shit. So, aber jetzt. Hast du gesehen? Ah! Hahahaha! Hast du gesehen, komm, oder hast du in Zähne? Ja, ich hab's gesehen, aber scheiß drauf. Was zur Hölle. Das Ding ist auch cool. Das stellt meine Lebensenergie wieder her, ja. Falls ich angeschlagen bin. Aber auch nur falls. Aber auch nur falls. Du bist oft gestorben, dass deine Energie schon gar nicht mehr wegging. Ja, ja. Da, guck mal, deine nächste Freundin. Räääääääääääääh. Titten. Rääääääää. Und die Crackpfeife, ne? Naja, klar. Was denn sonst? warte mal ich muss erstmal was ist denn das hast du was gesehen da hat sich nichts bewegt richtig ich glaube das ist doch das ist doch für das ding hier ja guck ich kann manche sachen kann ich nur sehen wenn sie klein sind also wenn ich klein bin nicht wenn die klein sind genau willst du deiner braut noch tschüss sagen oder lebe wohl ich komme wieder holde meid ich trau euch guck mal die hat ein geiles tatouren ein drache chinese jetzt bin ich bei den zähnen hast du gesehen ich bin so gut noch so ein spruch und dann immer lang habe ich die jetzt alle fragezeichen ich gehe mal davon aus wie viele kisten aber gebraucht zwei eine ich bin mir nicht mehr ganz sicher und wie kommen wir zurück da bin ich mir auch noch ganz sicher laufen wir eben noch mal eine runde das ist so eine luftröhre da ist der meister da ist er ms da uns fehlen aber noch uns fehlen noch ein paar da war man oder war man das schluss noch ein nordessenort du denkst hier geht es nicht weiter aber täusche dich nicht manche sachen siehst du bloß wenn du durch schlüsse loch guckst mein freund rechts oder links schicken oder käse münzwurfe aber ich muss sagen kopf oder zahl also eine münze kopf wir laufen rechts rum na gott sei dank bin ich gerade auch das hat von das mal gekommen höh wir laufen rechts ok wir laufen rechts wir laufen rechts 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 ja 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 da man kann auch so flaschen aufnehmen ich habe immer noch nicht begriffen was die flaschen sind hey ihr von der community oder ihr ihr tolle let's play shower ihr könnt mir ja irgendwie mal schreiben falls jemand das game hat was das mit den flaschen auf sich hatten du bist der flasche höhe höhe der war jetzt echt scheiße er hat er da kam so trocken oder wieder ein furz alter mit einem unterschied meiner kann menschen töten er ist wohl auch wahr kenne ich so gut äh ist da noch was was schwirrt denn dann akkurat oder eine braute reihe sie folgte und da war aus gesehen da war es ein glühwürmchen ja ich hab's gesehen aber mit dem kann man nichts machen ich hab schon versucht abzuschießen bam glühwürmchen ein Maschinenpistole sich passiert nichts aber vor allem um ist da bei den holen vielleicht oder irgendwie so ein Vielen Dank.